Ich habe hier eine gebrochenrationale Funktion, ich mache nur Nullstellen, die maximal mögliche Definitionsmenge, Asymptoten und den Graphen. Den skizziere ich dann anhand dessen, was es da so gibt. Also da gibt es den Zähler und den Nenner und bei den Nullstellen den Zähler Null setzen. Wenn beim Bruch oben Null ist, ist alles Null, also da braucht man nicht weiter machen. Und wenn ich hier also x² plus x minus 2 gleich 0 setze, nimmt man die Mitternachtsformel und bekommt x1 ist minus 2 und x2 ist 1 raus. Ich habe also die beiden Nullstellen, so mit der Mitternachtsformel, bei der maximal möglichen Definitionsmenge den Nenner gleich 0, also x gleich 0 und das war es dann schon. Also der, ich mache es da ein, d gleich R ohne 0, also das was rauskommt, wenn ich den Nenner 0 setze, ist genau das was verboten ist, Taschenrechner liefert Error. Weiter geht es. Bei den Asymptoten, da habe ich jetzt hier, also das Verboten ist eine senkrechte Asymptote, das heißt x gleich 0 hier. Das ist die Gleichung der senkrechten Asymptote bei 0. Und es gibt noch eine weitere Asymptote, der Zähler hat den Grad 2, also wie eine Parabel. Der Nenner ist, da denke ich mir eine 1, hat den Grad 1, also Zählergrad größer als Nennergrad, deswegen gibt es hier eine schräge Asymptote. Und diese schräge Asymptote kann man mit einer Polynom-Division bestimmen, das mache ich jetzt. Und das ist in der 10. eigentlich noch nicht im Lehrplan, aber die Polynom-Division ist im Lehrplan. Also dividiert durch x und deswegen kann man das machen, x mal wie viel ist x², x mal x ist x², x mal x² und dann macht man Minus und es ist nichts mehr da. Und dann hole ich mir dieses x, x mal wie viel ist x, ja 1, x mal 4, x, genau, also das x runtergeholt, x minus x fällt schon wieder weg. Ja, wieder nix und dann habe ich ein Minus 2. x mal wie viel ist Minus 2, das haut nicht hin, also plus Minus 2 durch x, dann habe ich hier den Rest. Rest, und das da ist, wenn ich eine Million einsetze, Minus 2 durch eine Million fällt weg. Und dieser Teil ist meine schräge Asymptote, dieses lila Neder, das kann ich noch hinschreiben, also Asymptoten, y gleich x plus 1. So, jetzt den Graphen und zwar möglichst, nur jetzt radiere ich mal hier alles weg, damit ich dann möglichst, mit möglichst wenig zusätzlichen Rechnungen einfach nur mal so rumskizzieren. So, ein Koordinatensystem, so, x, y, 1, 1, mehr braucht es nicht, aber auch nicht weniger. So, x plus 1, das ist jetzt hier, so, da, da, da läuft diese schräge Asymptote, ja, die kann ich jetzt zeichnen. So, meine schräge Asymptote und x gleich 0, das ist diese Achse, weitere Asymptote und Nullstellen bei, merken, das war hier, Minus 2 ist hier und 1 ist hier. So, und jetzt weiß ich, wie der Graph läuft. Also, ich habe Asymptote, so, das will ich weg, so. Asymptote, Nullstelle, Asymptote, der Graph muss so lang, da brauche ich keine, ja, doch 1 durch so. So, und hier auch, der Graph muss durch die Nullstelle laufen und sich dann da so anschmiegen und dann läuft das auch, genau. Der Graph kann nicht irgendwo da laufen, weil er ja da keine Nullstelle hätte. Ja, und er kann nicht hier oben laufen, dann hätte er auch keine Nullstelle. Ich brauche also keine weiteren Punkte bei diesem Graphen, wenn ich die Asymptoten und die Nullstellen habe. , genau. Gut, gut. Vielen Dank.